Nicht so viel, nein. 90 Sekunden für Roman Bürki. Was darf man bei diesem Spiel nicht sagen? Die zwei Wörter, die du mir davor gesagt hast. Welche? Ja, die darf ich eben nicht sagen. Okay. Was magst du lieber, Sommer oder Winter? Winter. Nicht Sommer? Sommer ist auch gut, aber ich komme aus der Schweiz und ich mag den Winter die Kälte auch und die Ruhe. Wie viel Grad haben wir heute? Minus 10. Ist es kälter als in der Schweiz bei dir? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke schon. Spielst du gerne in der Kälte? Ist unangenehm, weil ich viel anziehen muss und mich nicht so viel bewegen darf. Okay, was anderes. Hast du viel von Olympia gesehen? Nicht so viel, nein. Aber Langlauf bestimmt, oder? Habe ich mich nicht so groß dafür interessiert. Eishockey habe ich gesehen. Nicht Dario Colonia? Habe ich nicht gesehen. In welcher Sportart würdest du gerne mal zu Olympia? Eishockey. Nicht normales Hockey? Ich finde Eishockey besser, weil ich halt aus der Schweiz komme und das schon auch einen großen Stellenwert hat. Was darf man nochmal nicht sagen? Die zwei Wörter, die du mir am Anfang gesagt hast. Welche? Das kann ich ja nicht sagen, aber... Wer ist der größte Tennisspieler? Roger Federer. Nicht Nadal? Roger Federer ist bester, Nadal ist gut auf dem Sand. Und dass... Wer ist der größte bilder? Fertig... ... ... ... ...